Was guckst du? Heute mal ein Video über die drei geilsten Serien, die ich entweder gerade geguckt habe oder gerade gucke. Weil viele von euch ja immer wieder die Frage stellen, warum murkselst du immer an Discovery und The Mandalorian rum? Erzähl mir doch mal, was gescheites ist zum Gucken. Und das machen wir heute. Wir machen es auch ganz kurz, damit jetzt keiner sich beschweren kann, das ist viel zu viel Gelaber. Sondern, okay, ihr schaut jetzt als nächstes, das ist euer Auftrag und auch eure Hausaufgabe und dann kommt es ja wieder. Ihr schaut The Queen's Gambit, Harrow und Cobra Kai. Damit sind wir jetzt durch. Also, schön, dass ihr dabei wart bei diesem Video. Schaut noch die Werbung am Ende und bis zum nächsten Mal, dann Servus. Achso, er ist jetzt immer noch da. Ja, er war es jetzt. Achso, er wollte es was wissen. Also, The Queen's Gambit. Es geht um Schach und eigentlich aber nicht um Schach. Die Serie spielt irgendwann in den 60ern. Das ist jetzt peinlich, dass ich jetzt recherchieren soll. Entschuldigung, sie sieht so aus. Und sie ist visuell erstaunlich. Aber nicht nur das. Bei der Serie stimmt diese Dreifaltigkeit. Ich erzähle ja immer wieder etwas Ähnliches. Es ist super, wenn eine Serie oder ein Film insgesamt technisch geil gemacht sind. Das können aber viele inzwischen. Es ist super, wenn die Schauspieler gut sind. Und wenn er dann noch die Story reinzieht, weil sie einfach irgendwie neu ist oder interessant, dann passt's. Und das ist genau hier passiert. Es geht um ein Mädel. Es geht eigentlich nicht wirklich um Schach, aber Schach ist der Träger. Sie verliert ihre Eltern. Ich möchte jetzt spoilerfrei bleiben, werde ich in dem ganzen Review einigermaßen. Und dabei sage ich immer, die erste Folge zählt für mich nicht als Spoiler. Sie verliert ihre Eltern, kommt in den Waisenhaus und sie lernt dabei den Hausmeister kennen. Und sie fasziniert sich für das Spiel, das er spielt. Und das ist eben Schach. Er erklärt es ihr und man merkt dann, wie sie da richtig reinversinkt. Und das kann man wörtlich nehmen. Und das ist auch so genial gemacht. Man muss dazu sagen, es geht auch um Drogen. Es geht um Tranquilizer und etwas später auch um Alkohol. Aber nicht in einer problematischen Art und Weise wie Das ist aber böse, böse, böse. Just say no. Es wird emotionslos geschildert, ihre Karriere. Und ich möchte jetzt auch nichts weiter vorwegnehmen. Ich sage so viel, weil das ist für mich ein Kriterium. Für Leute, die den Kanal da und gucken, ist das klar. Ihr könnt nach Staffel 1 das Ganze, ich muss auch als abgeschlossen bezeichnen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie weiterdrehen werden. Weil das Zeug läuft viel zu gut, als damit aufzuhören. Aber für mich ist die Story abgeschlossen nach Staffel 1. Hört auf damit. Es wird nicht besser. Und jetzt muss ich ein bisschen zum Schwärmein anfangen. Das tut mir leid. Ich finde das unglaublich genial, diese Szenen, wie man merkt, dass sie wirklich versinkt. Also wo es auch visuell, wenn sie im Bett liegt, wie das realisiert ist, dass sie in diesem Spiel versunken ist. Es ist unglaublich gut. Es ist unglaublich gut, wie sie die Requisite gebaut haben. Diese, ich sage mal, kitschige Barbie-Puppenhaus-Optik, bei der man sich so ganz genau in diese Zeit versetzt, wie sie wohl gewesen sein muss. Und gegen anderslauten in Gerüchten war ich da noch nicht auf der Welt. Wie diese Probleme, die ihre Zieheltern haben. Also es ist kein Hauptpunkt, muss man schon sagen. Man spürt sie richtig. Und das Ganze hat auch einen verschmitzt trockenen Witz. Und ich möchte es schon dabei belassen. Ich finde es auch, die Schauspielerin ist unglaublich, wie sie das darstellt. Wie sie das von dem naiven Kind, haben sie da verschiedene genommen, jetzt auch das hätte ich recherchieren sollen, ist mir jetzt aber völlig egal. Fakten, Fakten, Fakten. I don't care. Wie sie das darstellt, wie sie das rüberbringt, diese Entwicklung in, ich glaube, acht Folgen oder sowas. Geile Show. Müsst ihr gucken, auch wenn ich jetzt nicht alle Daten im Kopf habe. Go for it. Auf jeden Fall angucken. Auch da ist es so, das ist eine Serie, die mögt ihr nach der ersten Episode oder nicht. Das finde ich auch immer ein gutes Kriterium. Bei manchen Serien sagt man ja, da musst du erst mal 7000 Folgen gesehen haben, damit es gut ist. Discovery ist da nicht so. Wenn ihr es nicht mögt nach der ersten Folge, dann war es halt nichts für euch. Harrow. Dr. House hat einen Nachfolger. Harrow ist Pathologe. Also ein bisschen der Nach-Dr. House. Das ist wie so Alien vs. Predator, wäre ein bisschen gut wie Harrow vs. Dr. House. Er ist ein Arschloch. Ein Arschloch mit Familie und der hat Probleme mit seiner Tochter. Am Anfang passiert etwas komisches. Und wenn man den Vorspann genau anschaut, dann denkt man sich, Moment, ihr wollt mir doch nicht etwas sagen, das. Das spoilere ich euch jetzt nicht, wobei ihr da eigentlich schon nach der ersten Folge draufkommt. Und doch, genau das, man merkt, doch, wie soll ich euch das umschreiben? Ich werde es nicht tun. Es ist auch da so, die Season ist meiner Meinung nach abgeschlossen, Season 1. Es gibt wohl zwei oder drei schon, aber in Deutschland nicht. Und sie hat mir unheimlich Spaß gemacht, weil mich diese Figur sehr fasziniert hat. Auch die Figuren drumherum. So eine kleine Nebenliebschaft oder auch nicht. Die sind nicht so tröge. Die sind nicht langweilig. Da sind halt viele Arschlöcher unterwegs. Das ist wie im echten Leben. Und er hat so seine Dr. House Momente. Deswegen wahrscheinlich meine zutiefst empfundene Sympathie für das, was Harrow macht. Ich habe auch, mal zur Abwechslung, keine größeren Einsprüche gegenüber der Logik und der Handlung. Einfach eine Serie, die man angucken kann. Auch da ist es so, mögt ihr die erste Episode, könnt ihr weitergucken. Kobra Kai. Erzählt es bitte nicht weiter. Ich habe das ursprüngliche Karate-Kit nicht gesehen. Ich habe das Remake gesehen, über das die Meinungen schon auseinander gehen. Und da ich das Original nicht kenne, fand ich das Remake sogar anschaubar. Kobra Kai ist im Prinzip die Fortführung in Serienform. Aber bleibt bei mir. Was ich vielleicht, weil ich da ein bisschen voreingenommen bin, sehr mochte dran, ist die Tassenfarbe. Danke. Sie weiß, dass sie gemeint ist. Danke. Dieser 80er Stil. Also, die beiden Kontrahenten aus Karate-Kit tauchen wieder auf. Der eine ist Autovorkäufer geworden und der andere ist eigentlich ziemlich abgehalftert. Wir sind 30 Jahre später. Der eine verkauft lustig seine Autos und kämpft damit, dass er die Gegner raus oder die Preise kickt oder was weiß ich. Und das geht ihm, unserem Protagonisten, sehr auf den Sack. Dann kommt es zu so einem bisschen, ja, einem Vorfall, wo er dann wieder natürlich die anderen zusammen, ähm, 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 wie ist denn das Verb zu Karate? Ähm, ich nehme da nicht aus, ich habe echt keine Ahnung. Also die anderen im Straßenjagun zusammenschlagen muss, um ein bemitleidenswertes Kind zu retten. Das ist ganz toll. Und irgendwie beschließt er dann, oh, ich kann das mit dem Karate echt ganz gut. Dann gründe ich doch mal wieder so ein, wie heißt das, Dojo? Auch hier habe ich wieder erschreckend wenig Ahnung von den Fachbegriffen und es ist so egal. Was ich so liebe an diesen, ich glaube, vier Episoden habe ich bis jetzt gesehen, ist dieser gnadenlose 80er Humor. Aber da gibt es so eine Szene, wo er mit seinem neuen Sprössling, äh, Sprössling, Schößling, oh, das ist was ganz anderes, ähm, seinem neuen, ähm, Kunden auch nicht, Schüler, Schüler, genau, seinem neuen Schüler dann erklärt, führ dich nicht auf wie eine Pussy, ich stehe da wie ein Mann. Und dann er sagt, mein Lehrer sagt aber, das ist, äh, politisch nicht korrekt, sowas zu sagen. Ah, scheiß drauf, ich habe es gelebt. Ja, schön, das ist, äh, da wird der Dinosaurier konfrontiert mit der neuen politischen Korrektheit der Neuzeit und es ist ihm so völlig egal und er sagt ihm, hau ihm halt einfach eins in die Fresse und die beste Verteidigung ist, äh, noch schneller zuschlagen oder, ich paraphrasiere, gell, es macht Spaß, es ist, es wirkt anachronistisch locker, es ist einfach nur Quatsch. Nicht, also, nicht Police Academy Art von Quatsch, um es jetzt mal deutlich zu sagen, aber es ist sympathischer Quatsch. Und das hat ein bisschen mein Tag versüßt. Es geht episodenweise, im Gegensatz zu den anderen beiden Serien, die ich gesagt habe, geht es episodenweise weiter, aber es gibt schon natürlich eine zusammengreifende, übergreifende Handlung. Gut, das waren meine drei Serien momentan. Ja, ich komme nicht so viel zum Gucken, weil irgendjemand muss ja die Videos für euch machen. Ich würde mal sagen, für heute war es das bitte. Das war jetzt ein Quickie. Äh, ich werde jetzt noch ein bisschen in die Tasse schauen, weil ich finde die total tuffig. Also, vom, vom Farb her. Das wird man den Weißabgleich wieder wegziehen. Ist jetzt hier fix. Ist übrigens nicht Spülmaschinen geeignet. Aber, 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 Moment, geht das? Den Griff kann man nicht abnehmen. Nein, ich habe nämlich schon gedacht, ob man den Griff abnehmen kann. Das hätte zu einigen Kaffeeunfällen führen können. Und das wollen wir ja nicht. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Servus. Ich schaue hier ein bisschen blöd, damit ich den Abspann gut einblenden kann. Ich schaue hier ein bisschen blöd, damit ich den Abspann gut einblenden kann.